So Leute und zurück wieder zu Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 2 wieder mit euren Geatobi Yeeha und es geht jetzt weiter hier mit Part 52 und äh ja, hier sind wir jetzt im Gespräch mit Nagato, fand ich auch in den Anime richtig cool was die miteinander geredet haben und auch die Verbindung zwischen denen was sie dann? Das war's für heute. NARUTO, wenn du wirklich bist, bist du wirklich? Wie ist das? Das war die Naga-Ton. Der Geist hat die Naga-Ton geöffnet. Der Geist hat sich, dass die Kono-Han von den Kono-Han geöffnet wurde. Das stimmt. Ich hatte keine Wahl von Naga-Ton. Aber diese Frau hat Naga-Ton sich in der Naga-Ton. Der Naga-Ton war ein Koffer. Der Naga-Ton war ein Koffer. Das ist eine kleine Kindheit. Soll ich dich? Wie soll ich denn hier sein? Ich hätte mich nicht mehr so weit nach dem Lied. Lied der Lied ist der Lied. Es gibt keine Probleme. Der Lied von Nagato, der Jiraya-Sensei. Der Lied von zwei, die dir gefordert wird. Das ist der Lied von zwei. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 So, alle wurden wiederbelebt von Nagato. Er hat aber dafür sein Leben gegeben. Das fand ich in dem Anime auch schon sehr krass, dass er sich dann doch umentschieden hatte. Und nun leben alle wieder, also die getötet worden sind von Pain, sind jetzt nur wieder am Leben. Schon ein sehr sehr mächtiges Jutsu, wenn man dann schon sowas alles kann. Ah, Kakashi, yeah! Ja. Ja. Ich habe es gut gemacht. Alle! Ich bin wieder! Du bist der Herr von Konoha! Danke, Naruto! Ich bin wieder zurück! Ich bin wieder zurück! Ich bin wieder zurück. Alle! Jesus, die ... Naruto ... Wenn jemand wieder hochzunehmen ... ... wenn es wirklich ... ... Naruto ... Kupfer ... Hey, hey, hey! Ich bin zufrieden! Nicht das zu Sie, die Sie aus! Ich bin zufrieden! Ich bin bereit zuern, dass ich Naruto schuldige. Ich bin zufrieden. Ich bin zufrieden! Das ist ein Nardokon! Das war gut, dass ich... Na... Sakura... Wirklich? Wir haben nicht veränderten von früher. Wir machen immer nichts. Das war's für heute. Entschuldigung. Aber ... 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 Das war ich nicht. In��고 gibt es noch eine Einstellung. Ich habe ein sehr guter Erachter. Ich sage nicht nur, dass es da ganz gut sein muss. Ich bin nur das污per. Das war's für heute, was ich? Das war's für heute. 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 Aber es gibt einen Zugpum. Der König ist ein 나�! Ja, da hätte man jetzt das soweit geschafft. Ja, ich hoffe es hat euch soweit gefallen und ja, war auf jeden Fall ein sehr cooles Projekt mit auch nur über 50 Folgen. Ja, ich hoffe es hat euch soweit gefallen, ich überspringe jetzt einfach mal die Credits. Ich muss erstmal gucken wie es jetzt so weiter geht, bevor ich jetzt so eine Schlusssprechung machen würde. Weiß ich jetzt nicht, ob das jetzt auch irgendwie weiter geht. Okay. 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 Ja, doch, ähm, äh, ja, ich würde erst mal sagen, ich mach jetzt, das jetzt nicht mehr die verflogen Popen, weil wenn man das machen würde, dann gibt's einen kleinen Abschluss, wo, äh, Sasuke, also, Sasuke, 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 je nachdem, äh, eben halt gegen Killer Bee kämpft, und, ähm, ja, ich denke mal, das werden wir bei Generations oder sowas machen, äh, ja, da kommt das ja nicht so gut wie vor, äh, das würde sonst auch noch viel länger dauern und ich hab ja immer noch vor, euch noch die anderen Projekte zu spielen, also seid mir deshalb, äh, nicht sauer, eben, wär jetzt Storm 2, hätte ich das jetzt früher, jetzt, ähm, Let's Play gehabt und dann hätte ich ja noch dafür klar die Zeit genommen für euch und natürlich auch, äh, für mich selber, aber ich hab ja soweit alles geschafft in dem Spiel, also, wundert euch deshalb nicht, ne? Ja, aber das werden wir alles bei Generations noch bestimmt sehen, also, äh, seid deshalb nicht enttäuscht. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen, dieses ganze Projekt. Unten in der Videobeschreibung könnt ihr nochmal die ganzen Folgen anschauen, also je nachdem, wie ihr gerne lustig seid und gerne möchtet. Ich würde mich drüber freuen, wenn ihr mich unterstützen würdet und mir helfen würdet, äh, ja, eben halt noch weiter zu wachsen, noch mehr Zuschauer zu erreichen, weil, äh, mir ist das natürlich auch total wichtig, weil, ähm, das, das zählt für mich am meisten und, äh, das würde mich auch, äh, ja, wie schon gesagt, sehr, sehr freuen, äh, desto mehr Leute sich dafür interessieren würden und, ja, war schon eigentlich cool und, äh, wie werden denn die nächsten mit Generations noch weitermachen? Yo, wenn ich erstmal die anderen Projekte auch so gesehen erstmal fertig gehauen habe, ne? Hier mit Asura's Wraith und, ähm, äh, Asura's Wraith, dann habe ich hier noch was anderes, äh, genau, ähm, Assassin's Creed Brotherhood, ja, das wird auch noch alles folgen, Leute. Ja, das war's erstmal von mir. Ich danke nochmal fürs Zuschauen auf jeden Fall. Ähm, ja, auch die, äh, bis in den ganzen Folgen jetzt bis hierher geschaut haben auf jeden Fall. Joa, das war's, äh, also Leute, haut rein, euer Gerhard Hobi und ciao!